Ja? Hey Chef, ich wollte dir sagen, dass Gasse 3 steht. Woran liegt's? Einer der Antriebe auf der Auslagerbahn hat scheinbar keinen Strom mehr. Schau mal am C14. Alles klar, mach ich. Und woher liegt's? Ein aufgescheutes Kabel am Kabelkanal. Ich brauche dafür ca. 15 Minuten. Super. Hey, Lager läuft wieder. Gut. Ich kriege. Und von B. Ähm. Ich kriege. Ich kriege. Ich kriege. Vielen Dank.